hallo leute hier kommt nun das versprochene sketchbook video und dann würde ich sagen geht's gleich mal los das ist von pink pick glaube ich aus england und das ist jetzt praktisch alles was ich euch zeige was ich in einem monat gemalt habe ja das ist jetzt die berühmte erste seite da habe ich mir jetzt aber nicht so viel gedanken gemacht da war ich einfach nur so aufgeregt weil ich jetzt zum ersten mal ein sketchbook hatte und da habe ich dann einfach angefangen das mit pilot kala eno stift gemalt und mit touch 5 markern die offensichtlich durchgedrückt haben deswegen habe ich nicht mehr so oft genommen in dem heft ein schiebe und ein bisschen waschi tape das habe ich ab und zu mal hier mit rein geklebt hier habe ich markapapier genommen und das reingeklebt dazu habe ich auch ein speedpaint und hier dann so kleine skizzen die skizzen der skizzen und hier jetzt eben eine frau davon habe ich auch schon speedpaint und ja habe ich auch kein fixier spray deswegen schmiert das hier so rüber das habe ich später noch mal ich brauche unbedingt mal fixier spray jetzt auch noch mal skizzen der skizzen also das kleobatra bild kommt dann gleich noch und was von der schlafenden frau hier die selder moon von der ich ja zwei seiten vorher eine skizze hatte ja das mag ich eigentlich ziemlich gerne also ich mag die farben und dass das hier so mit den aquarell glitzer hier so reingelaufen ist also ich mag ich total das schimmert so schön als sieht man nicht so gut ja das kleopatra bild rüber geschmiert und das ich weiß nicht von den gold tönen gefällt mir das nicht so das hätte irgendwie ein bisschen heller sein müssen also so gold und bronze was ich hier gemalt habe und das sieht jetzt irgendwie auf dem bildschirm wie ich das jetzt gerade sehe auf der aufnahme noch ein bisschen schlimmer aus als es hier jetzt im skizzenbuch ist aber ich möchte auf jeden fall mal ein kleopatra bild richtig malen ja hier mit bleistift und dem pilot kaleino das mache ich ziemlich gerne und das hatte ich erst so ein bisschen angefangen und dann nicht weiter gemalt und dann mangels an ideen dann doch mal beendet und jetzt gefällt es mir ganz gut hier sollte noch ein waschbär hin aber da war ich ein bisschen zu faul ja von elsa inspiriert hier eigentlich nicht so wirklich drüben ja wieder hellblau pilot kaleino das wollte eigentlich noch ausmalen ich bin nicht getan sie mag ich ziemlich gerne weil das so anders aussieht als das was ich sonst male vom stil her und ja und das waschi tape dazu gefällt mir auch richtig gut also die seite mag ich sehr die er nicht so wirklich das ist die skizze zu dem wicket wonderland bild davon habe ich auch schon ein video das kann ich euch jetzt mal verlinken und ja hier eben die schlafende frau wo ja schon die skizze ein paar seiten vorher gesehen habt und das ist mein bild oder die vorzeichnung zu beautiful nightmare hier bin ich ein bisschen geübt so saubere reiss sauberer reiss nein art zu machen normalerweise setze ich immer den stift an den unmöglichsten stellen ab also wenn ich jetzt hier so einen schwung mache dann tendiere ich dazu gehen hier mal pause zu machen und wenn man dann wieder ansetzt dann sieht das immer so unordentlich aus und das wollte ich dann hier mal ein bisschen üben ähm ja rapunzel und ich wollte eigentlich ein rapunzelbild machen also so in dieser richtung aber das ist mir dann gar nicht so richtig gelungen hier ist die vorzeichnung zu rotkäppchen und der böse wolf da kommt auch noch ein speedpaint da habe ich das lineart fertig hier wieder ein bisschen lineart geübt hier habe ich auch schon das richtige bild dazu gemalt dass hier hier nur die skizze davon und hier mag ich aber die skizze irgendwie mehr als das richtige bild das ist ja auch ein richtiges bild aber eben die skizze davon es gibt ja diese diese igel bilder ich weiß nicht ob ihr die kennt wo denn statt der stacheln ganz viele blumen sind und das habe ich vorher gesehen und habe gedacht auch können wir ein anderes tier damit malen und das wäre ganz cool und da habe ich eben eine qualle gemalt aber die die farben gefallen mir nicht so richtig ich wollte mal andere farben nehmen als meine üblichen verdächtigen und naja es hat nicht so gut geklappt ja nicht ausgemalt aber eigentlich mache ich beide ganz gerne bei den seiten wollte ich eigentlich so zwei seiten mit disney prinzessinnen machen ja und das ist daraus geworden nur elsa jetzt irgendwie keine richtige lust mehr hier habe ich gedacht kannst ja mal üben motten zu zeichnen also jetzt nicht immer schmetterlinge sondern motten aber da hielt sich dann die motivation und grenzen also das ist immer so mühsam das zu malen also es dauert sehr sehr lange bis es halbwegs so aussieht wie ich das möchte und da hatte ich dann irgendwie in dem moment nicht mehr so viel lust drauf aber ich glaube irgendwann werde ich das noch mal richtig machen vielleicht nicht mehrere motten sondern eben mir bei einer richtig mühe geben und statt hier zwei nur halb zu malen naja hier habe ich gedacht könnte ich ja mal perspektive üben dass man so von oben auf die figuren rauf guckt das ist mir auch ganz gut gelungen nur dieser sternhimmel das schwarze sollte schwer zu sein und das weiß weiß also dieser gelstift also mit dem welchen nicht mehr grün ja hier noch die hasen version das mag ich auch ganz gerne das habe ich mir jetzt noch eingescannt und wollte ich dann mal so ein bisschen als geburtstagskarte mama nehmen hier auch noch mal der versuch einer perspektivischen übung dass eben die mehrung auf einen zutaucht aber das sieht man auch nicht so gut ja und farbe würde dem bild auch noch ganz gut tun aber da hatte ich dann keine lust hier habe ich eben mal eine ältere frau gemalt und es macht mir mehr spaß als jüngere personen zu malen wenn ich dann schon realistisch zeichne weil man bei älteren personen dann durch die falten mehr kaschieren kann dass man das nicht so gut abmessen kann ja also das mag ich eigentlich ganz gerne hier das ist abgemalt von einer statu die statu sieht mega gut aus das bild irgendwie so gar nicht ja hier habe ich den pendel bruschen ausprobiert und hier auch mal geschafft zu kolorieren also das dauert mir immer so ewig da habe ich dann immer nicht so richtig die lust dazu was mit buntstiften zu machen aber hier habe ich es dann mal getan und das mag ich eigentlich ganz gerne das ist irgendwie so die leuchtenden pilze und das ist so gedacht dass die die figuren jetzt nicht besonders klein sind sondern eben die pilze besonders groß das habe ich gar nicht fertig gemalt also es war eigentlich geplant dass das so schwarz weiß rot wird wusste ich gar nicht dass das gar nicht beendet habe aber naja das ist eben noch als baustelle hier für eine dankes karte aber dadurch dass ich hier den brush pen noch nicht hatte den von pendel da habe ich dann einen wasserbasierten faserstift genommen und das ist ebenso nicht richtig schwarz also das ist immer ein bisschen umständlich hier hat es leider rüber geschmiert also ich habe dann schön das bild gemalt auch ganz toll aus davon habe ich auch ein speedpaint dann habe ich aber hier so auf der rückseite wie man das von orangenen sieht dann touch5 genommen das hat durchgedrückt auf das schwarze und das schwarze ist dann hier drauf und naja deswegen ist es ein bisschen verschmiert das bild mag ich nicht so weil die augen so total unterschiedlich sind ja hier wollte ich mal eine pinup frisur probieren mag ich eigentlich ganz gerne hätte ich mal fertig malen können ja das ist mit dem pendel brush pen wie so chibi mies da habe ich dann ebenso mal angefangen und könnte gar nicht mehr aufhören so diese übertriebenen emotionen darzustellen und die wollte ich dann immer mal in die videos einbauen das kann ich euch später nochmal zeigen oder in einem anderen video wie ich das gemeint habe ähm ja das ist jetzt schon mit eines der letzten bilder hier habe ich eben diesen pendel brush pen ausprobiert also sag ich mal das bild extra dafür angelegt um dieses um das mit dem brush pen zu machen und das mag ich eigentlich ganz gerne hier irgendwie gar nichts ist alles verwackelt äh und das ist das letzte bild hier drin was ich gemalt habe und das habe ich euch ja schon am dienstag hochgeladen und das auch wieder mit dem brush pen und eben gold das sind ja so meine gold töne die ich habe und ja also jetzt sind ungefähr noch vier fünf seiten nicht bemalt und das ist jetzt aber nur ausnahme dass ich in dem monat in dem monat zu viel gemalt habe weil ich einfach so ja ganz aufgeregt mit diesem sketchbook war ich glaube das wird in den nächsten monaten nicht mehr so viel aber mal gucken also ich werde jetzt öfters mal noch eine sketchbook tour machen und das war es jetzt erstmal für den monat juni ich hoffe euch hat's gefallen und macht's gut bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal